Es wird Zeit, dass wir mal so ein Ding finden, um in eine andere Waffe zu kommen. Und vor allem auch mal ein paar Gegner finden und guck mal, da unten sieht die interessant aus. Habe ich die verloren? Ne, ne, hinter dir. Ich habe ja nur mal in die andere Schuhe geguckt. Okay, gibt es zumindest mal eine Druhe. Und wahrscheinlich auch irgendwas zu machen. Ja, die Waffenreinherausforderung. Mal gucken, was das für einer ist. Für Scharfschlindengewehr, also eigentlich was für dich. Schwierigkeit 3, mal gucken. Geht direkt schon los hier. Und ganz dahin ist ein Scharfschützer auf jeden Fall noch. Ich habe mal eine Giftkanade geworden. Oh, das bist du. Achtung, von hinter dir kommen die gerade. Oh, scheiße. Die roten Fässer kann man zum Sprengen printen. Ich bin tot. Ja, super. Naja, Leute, das läuft doch mitten rein. Ja, ich habe gemerkt, dass da genau welche sind. Das war die blödeste Richtung ever. Ja. Noch haben wir die Hälfte. Naja. Bei mir hat es gebrannt gehabt. Ja, da bin ich. Ja, haben wir auch einen Fass in die Luft gejagt. Achtung, Granate. Oh, jetzt lässt der Mini laufen wegen dir. So, zwei sollen da noch sein. Ich sehe sie nur gerade nicht. Ah, da ist einer. Oh, das war der letzte, oder? Genau. Kannst du die Wache einsammeln. Also die roten Fässer machen schon dumm. Äh, äh, bumm. Königliches Lösegeld. Ich habe schon gesehen. So, Wattenschrankkiste. Das war doch schon was. Und wieder eine, keine Herausforderung. Also eine Wunschrichtung. Ne, ich richte mich nach dir. Ist klar. Achso, schaff ich jetzt nicht mehr? Ja. Deswegen haben wir das gemacht. Deswegen haben wir das Ganze ja gemacht. Ist das eine sinnvolle Richtung, wo ich jetzt hinlaube? Wir haben ja nicht so schnell. Der alte Mann kommt nicht so schnell hinterher. Hm, ist klar. Ich bin ja nicht so weit weg. Hier sind ja keine Gegner in der Nähe als aktuell. Hier ist ein dicker, fetter Weg. Oh, komm mal dahin. Sieht geil aus. Ein Herz und eine Seele. Ein Herz und eine Seele. Das ist ja nicht so weit weg zu wissen. Ja. Das ist ja mehr wie eine. Aber hier gibt es noch irgendwie mehr. Warte mal, warte mal. Hier wird mehr was angezeigt. Oh. Schlüssel. Erdgeschoss. Okay. War da oben noch was? Ah, komm mal. Ich kann hier aufmachen. Oder? Bist du drin? Ja. Und, was ist drin? Beziehungsweise, wie bist du denn reingekommen? Indem ich da oben. Indem ich da oben. Sehr schön. Da war doch an der Seite eine Tür. Aber hier ist nichts. Wo ist an der Seite eine Tür? Ach doch, hier ist was. André, kommunizier doch mal anständig. Rechts ist doch wie eine Tür. Da ist doch was runterfallen. Da muss halt eine Vierecke drückt. Wo? Ich sehe keine Tür. Warte. Ich komme zu dir. Na toll, jetzt hast du ja schon irgendwas angeklickt. Jetzt ist zu spät. Hier. Da. Da. Na, da komm ich nicht rein. Volle Schlüssel benötigt. Dann drück mal hier. Hier war irgendwie was gewesen. Verschlossen. Schlüssel. Aber ich bin drin gekommen, komischerweise. Na, wahrscheinlich hast du deine Schlüssel benutzt, die ich nicht gefunden habe. Schade, jetzt sehe ich nicht, was da drin los ist. Hier passiert ja... Ja, nöch. Ich werde auch dich finden. Ja, auf jeden Fall wird bei dir auch noch angezeigt, dass da... Also mir wird da noch ein gelbes Symbol. Ja, das ist ja das, was ich gedrückt habe. Ja, aber mir wird es noch angezeigt. Ach, hier sind wir drei Meter. Ach, da ist auch noch eins, ja. Na ja, sehr schön. Ja, da kann ich wo nicht mitmachen. Jetzt ist nicht mehr dort. So, zwei gibt's aber noch. So, und hier komm ich rein. So, hier muss irgendwo ein Schlüssel sein. Oder kommst du durch die Türen? Die Schweizer? Durch die hier? Ja. Ja. Dann kommst du schon wieder da durch. Was war denn die Scheiße? Na, dann musst du wieder weiter suchen. Oh, hier ist ja nur ein Balkon. Ne, hier müssen noch Bücher sein. Mal gucken. Ach ne, du hast da drüben noch irgendwas vergessen. Oh, hier ist immer noch gelb umbrandet. Gut, da muss noch irgendwas an dem Haus sein. Oh, hier ist nichts. Augen auf beim Eierkauf. Ist das bei dir noch gelb umrandet, das Haus? Ja. Also auf der Minimap? Ja. Dann ist da auch noch was. Im Prinzip müssen noch zwei Tagebücher da sein. Na, die zwei Tagebücher habe ich genommen. Ne, jetzt müssen noch zwei da sein. Die werden mir aber nicht angezeigt. Musst du suchen. Ich würde ja selber gucken. Aber du hast es ja kaputt gemacht. Also hier draußen ist auf jeden Fall mal nichts. Hier oben ist auch nichts. Also in beiden Stockwerken. Müssen also pro Stockwerk, äh... Zwei Stück sein. So, ein Schlüssel für den zweiten Stock. Aber für welches Haus? Hier sind ja nur zwei. Und du sagst, in dem anderen war nichts? Ne. Wie sehen die Bücher dann aus? Äh, rot. Gut. Ah, guck mal. Jetzt erleuchtet was. Ja. So. Du hast das erste Buch. Genau. Ist das andere wieder? Warte mal, bleib du mal dort. Ich drück da jetzt nochmal. Auf das Ehne. Na, vielleicht musst du auch warten bis der fertig ist mit Quatschen. Na, das ist wahrscheinlich hier auf dem Balkon, nehme ich mal an. Wo ich nicht hinkomme. Aber kann sein, dass du warten musst, bis der fertig ist mit Quatschen. Bei mir ist er schon fertig mit Quatschen. Ja. Oh, hier draußen ist nichts. Hm. Irgendwann. Ah, ich hab's gefunden. Ich hab's gefunden. Hast du davon? Ja. Ich bekomme noch ein Kind. Hab ich ihn jetzt gesammelt? Schlüssel, Obergeschoss, Gegenstand. Ah, jetzt kann ich hier raus. Komm ich auch raus. Also. Interessant, dass du das vorher schon konntest. Guck mal, jetzt leuchtet's hier. Ziel abgeschlossen. Töte den Turanen. Töte den Turanen. Ah, okay. Achtung, hinter dir. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Ich muss nachladen. Ich muss nachladen. Oh, Scheiße. Ich muss nachladen. Ich muss nachladen. Was schießt der da? Mit Granaten? Okay, sehr schön. Platt ist er. Einer muss noch da sein. Jetzt ist er weg. Uuuuh. Ist wieder alles abgefuckert hier. Ein Herz und eine Seele. Kannst du aber mir auch mit den Takedowns erledigen? Auch von vorne? Okay, das ist eigentlich ganz geil. Ich liebe dich. 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 So. Hier soll noch eine Droh sein. Unten am Wasser fallen. Oh, ich habe Panzer. Was hast du? Hier gibt es nochmal Panzer. Extra. Dings wegen Explosionen bei mir. Sonnekraft. So. Mal ein Schlückchen trinken. Ah. Aber ich würde sagen, wir versuchen. Okay. Bis dann jetzt hin. Aber von da sind wir gekommen eben. Ich weiß. Ja, was ist denn hier? Oh, Schwierigkeit. Äh, vier. Und da willst du erstmal wieder durch und Punkte eintauschen? Ja. Na dann. Na, geh doch mal. Na, geh doch mal. So, wo geht es denn jetzt nach Hause und dann, oder? Ja, dann. Ich glaube, ich nehme jetzt erstmal das Ding, dass ich tausend Punkte sammeln kann. Die nicht verloren gehen. Du stirbst meinst du? Ja. Na, was ist denn? Du hättest tausend Respekten nach dem Tod. Kann ich mir zwar sonst nichts leisten, aber... Kann ich nicht machen. Reicht mein Geld dafür nicht. Ich brauche tausend, achthundert ein bisschen abweg. Ja. Verbessert deine Gesamtgesundheit. So, wenn du einen Gegner mit einem Kopfschuss tötest, wenn du mir die Gegner markiert. Erhöht die Tragkapazität der Gesundheit. Okay. Ja. Ja. Trommel 2. Fiegt den Favorit ein. Achthundert 2. Na schon. Da gibt's die... Da gibt's die... Da 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 da. Lalalalalalalalalala Ich warte unten auf dich. Wo bist du denn? Da unten. Einfach den Weg lang. Irgendwann kommst du bei mir an. Du kommst ja schon näher. Das ist aber nicht ganz der richtige Weg. Außerdem habe ich etwas markiert. Der Weg müsste dir eigentlich angezeigt werden. Nö. Du weißt schon, dass du dein Mikro auch stumm scheinen kannst, wenn du kurz stirbst. Hier gibt es einen verräterigen kleinen Weg nach oben. Warte mal, da unten ist für mich noch die Truhe. Wo bist du denn jetzt hin? Ach Gott, jetzt läuft er ganz in eine andere Richtung. Ach Leute, man hat es nicht einfach. Du weißt schon, wenn du nicht mehr schiefst. Du weißt schon, wenn du nicht mehr schiefst. Du weißt schon, wenn du nicht mehr schiefst. Ja. Na, ich bin in der einen Hütte drin. Wollen wir eben schon mal waren. Sag bloß, du findest mich jetzt nicht. Du bist doch schon fast da. Ja. Und natürlich direkt wieder den Weg blockieren. Das ist nicht so ähnlich. Äh... Ich bin hier irgendwie zu tief. Scheiße. Na egal. Darunter will ich aber eigentlich nicht. Was tut denn jetzt da? Ganz unten. Ich bin durch so ein Loch durch. Man muss jetzt erstmal wieder den Weg nach oben finden. Achso, ich dachte ich muss jetzt runter kommen. Zumindest gibt es da irgendwo eine Truhe. Ja, ich habe es da. Da oben gab es auch eine Truhe. Ja, die oben habe ich. Na, die meine ich aber nicht, du bist ja gar nicht mehr in der Höhle drin. So, das machen wir das andere Ding heute. Ja, aber wieso bist du aus der Höhle raus? Ja, aber ich dachte, wir müssen da hin. Ich sage ja einmal mit Profis zocken. Ich verfolge dich ja nur. Du hast nicht mal gewusst, wo ich hingefallen bin. Was ist denn jetzt schon wieder? Ist aber ganz schön schlecht im Verfolgen. Du bist ja schon wieder ganz woanders. Ja, gut! So, jetzt bin ich wieder in der Truhe. Wo schießt der euch denn? Okay. So, wie kommt man denn da rüber? Das muss man noch nicht holen. So, die da unten habe ich eben verfehlt. Ne, das will ich jetzt nicht nochmal versuchen. Vielleicht müssen wir hier mit irgendwas machen. Na, probier doch aus. Ja, siehste. Siehste, du darfst ruhig mal was klicken. Prüfung. Dann prüfen wir uns mal. Oh, jetzt die Kiste. Hier ist auch noch ne, ne Kiste. Ja, als wäre das jetzt so wichtig. Schööön in den Kopf gebohrt, ist ja geil. Wir sind jetzt bei 15 Prozent. Kann ich mir mal helfen beim reparieren? La 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 la, macht er um. Oh, ich bin ein bisschen. So, 52 Prozent haben wir, da kommt noch ein bisschen was. Oh, ich bin ein bisschen wasser. Und war das so rot leuchtet? Rot? Bei mir leuchtet nichts, ach da oben? Ja. Keine Ahnung, lass dich überlassen. Achtung, Schauschütze oben. Den mag ich nicht. Der ist nicht so schön. Scheiße, jetzt habe ich keine Munition mehr für die Pistole, das kann ja lustig werden. Schööön. Ich hoffe, du lernst eine wertvolle Lesserung. Schööön. Irgendwie kriegst du nichts mit. Ja, hier sind wieder goldene Mäuse. Eine habe ich wenigstens bekommen. Eine Maus habe ich bekommen. Okay. Und schon wieder eine kleine Herausforderung geschafft, sehr schön. So, mal schauen, ob ich die Truhe da unten ziehe. Ich komme da ganz knapp vorbei. Scheiße. Na egal, dann bleibt die erstmal da, wo sie ist. Ja. 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 Die. 5. 6.